Aber jetzt wissen wir, was wir machen müssen. Alles klar. In der linken Flanke, achten. Linker Raum scheint sauber. Geh da rechts mal ran. Auf die andere Kabine, weil... Da ist noch jemand. Ich kann hier durch. Ja. Kommst dann in den Raum... Ja, ich weiß. Ich glaube, ich weiß, wo ich reinkomme. Ich weiß, wie ich reinkomme. Okay, ich komme raus. Ich könnte eigentlich versperrt sein. Ich lebe dir Deckung. Ich bin hinter dir. Gut, dann mache ich schnell Licht an. Ja. Also, ich bin sicher. Ich bin hinter dir. Ich bin da. Ich bin zuge. Ich bin der Security. Ich bin da. Ich bin der Karte. Ich bin der Karte. Ich bin da. ganz hinten bei dir ist einer links noch einer kreis besuch ja von der rechten flanke und von der linken du kriegst mehr besuch kommt zurück gelaufen nein 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 ok unser kamerad hatte wohl keinen bock Zu zweit werden wir es wohl kaum schaffen. Die meisten der Trainingsgebäude sind restriktiert. Lieber die Karte an den Terminalen, um mehr Bereiche zu öffnen. Die CTRs sind vielleicht schnell, aber sie sind schwer und werden dich in größeren Nummern verletzen. Bist du wieder rechts? Ja. Ich bin am Raum. Ich mach auf. Okay, ich hab den Raum sauber. Ich öffne die Tür. I'm down. Komm schon, komm schon, komm, komm, komm. Oh, ich kann sie schon hören. Oh, danke. So, du machst Licht an. Komm schon. 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 Lade, schnell nach. Lade. 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 ... ... Nee. Alles klar. Pass auf. Halt dich fest. Schnell zurück. Schnell. Komm, komm, komm. Lade! Hinter uns. Die sind gleich. Ja, hinter dir. Wir müssen uns rechts halten. Lade! Ich sehe, wir sind falsch. Nein, nein, nein. Okay, die Tür geht nicht. Das ist komisch. Haben wir den Keycard übersehen oder was? Nein, nein, nein. Hier rot noch grün. Vielleicht müssten wir wieder zurück- und rausschalten. Keine Ahnung. Ich folg dir mal. Ach, Leck. Ja, ja. Hier links lief noch einer, ne? Ja. Oh, ja, ja. Oh. Oh, ja. schließt die tür schließt die tür alles klar danke da er noch da 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 ich höre hier links schritte da 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 okay wir müssen aufräumen die rennen hier überall rum da da lade bei der waffen und da ist hier ist noch einer okay ich habe von mir hier runter und du hältst von oben mit rein diese 33 rechts von mir kann hier gar nicht durch ok die tür alter ja die entwickler sind auch schlechter und das das fertig 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 So, ich aktiviere es. Kasten. Oh man, die können auch Türen öffnen, ne? Halt, hab ich mich verjagt gerade, man. Leck mich doch am Arsch. Gut, dass ich keine Facecam an habe. Das ist nichts für mich sowas. Alter. Oh, mich auch. Shit. Oh, wir waren fast fertig. Na gut, nächstes Mal.